Als dritte sehen wir Anke Meili. Sie ist zwölf Jahre alt und kommt aus Kapfenberg. Mit Katharina, Barbara, Christina und Alexandra tritt sie jetzt mit Ich singe für die Kinder auf. Ich kenne Paolo aus dem Fernsehen. Sie zeigt den Slums dort in Peru. Sein Zuhause ist die Straße. Er putzt jeden Tag den reichen dort die Schuhe. Er ist ein Kind genau wie ich. Doch seine Zukunft hat er nicht. Er ist nur eine von Millionen, die verloren im doofen Stich und niemals besitzt. Ich singe für die Kinder, für die Kinder in der Nacht. Lass es anders werden, die Frust in dieser Erde liegt in eure Macht. Ich singe für die Kinder, für die Kinder in der Nacht. Statt der dummen Kriege, geht uns in die Liebe und Gerechtigkeit. Warum müssen so viele Kinder schon so früh erwachsen sein? Heute im zwanzigsten Jahrhundert, hungern sie und stehen im Krieg allein. Sie lieben Puppen so wie ich, aber Liebe spürt sie nicht. Und niemand stellt sich da entgegen, denn es geht ja um Profil und so viele machen mit. Ich singe für die Kinder, für die Kinder in der Nacht. Ich singe für die Kinder, für die Kinder in der Nacht. Ich singe für die Kinder, für die Kinder in der Nacht. Ich singe für die Kinder in der Nacht.